Hallo, ich bin Josef Meier und ich bin hier auf der GOOL Konferenz und ich gehe für die nächsten zwei Jahre auf die Logos Hope. Davor war ich schon als Schweißer, der mich auf den Schiff werft. Ich freue mich auch jetzt, dass ich meine Fähigkeiten einsetzen kann auf der Logos Hope und ja, zuerst wollte ich eigentlich auch gar nicht zur O.M., aber Gott hat mich hierher geführt und ich freue mich jetzt auch hier zu sein. Ich bin hier auf der GOOL Konferenz und dann werde ich die Logos Hope joinen. Ich denke, dass ich mich für die zwei Jahre vorbereite. Und dann, ich denke, das ist die Grund für die GOOL Konferenz, die ja, zu vorbereiten, für die große Herausforderung. Ich denke, das ist die Grund für die GOOL Konferenz. Du kannst du Gott durch andere Menschen, wie sie interagieren, wie sie sich unter anderem, wie sie sich unter anderem, wie sie worshipen. Du kannst du Gott, du kannst du Gott durch das. Und ich denke, ich denke, das größte ist, wie ich gesagt, ist, dass du Gott in der GOOL konferenzierst. Du kannst du Gott die meisten, weil das ist wie er sich speziell hat, zu uns. Ich denke, das wäre meine Antwort. Die GOOL Konferenz ist echt super, weil wir echt super darauf vorbereitet werden und weil wir auch so viel nochmal über Jesus lernen, über Gott lernen und unsere Beziehung zu Gott. Auch viele Sachen über kulturelle Dinge, die wir später im Einsatz brauchen. Es ist eigentlich eine super Vorbereitung. Aber, also man weiß, was die, was die, was die, was das, was die Lage ist. Das werden wir in der Mitte des Kultus, die wir nach einem Aufmerksamkeit anbieten, Beifall bei einem Rettungs abst клиz an, und eine Art gut, auf dem Design – die Frau und ihr kommt,